Hallo und willkommen zur großen Klassenvorschau für Battle for Azeroth und vor allem Pre-Patch 8.0. Mit diesem Video sollt ihr einen guten Überblick darüber bekommen, was ihr von den Klassen in der nächsten World of Warcraft Erweiterung erwarten könnt. Es ist kein detailliertes Auseinandernehmen aller Neuheiten und Mechaniken, sondern nur ein kurzer und knapper Überblick, um gut einsteigen zu können und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Fangen wir mit den allgemeinen Infos an. Jeder sollte ja schon wissen, dass die Artefaktwaffen mit Patch 8.0 quasi entfernt werden, die Boni und Fähigkeiten verabschieden sich zumindest und da diese je nach Ausrichtung mehr oder weniger großen Einfluss hatten, fehlt natürlich auch vieles. Einiges wird in Talenten und Basisfähigkeiten eingearbeitet, aber nicht alles und das werdet ihr auch auf jeden Fall merken. Und so wie bei jeder neuen Erweiterung legt sich das dann auch irgendwann, wenn man sich dann eben halt daran gewöhnt hat. Es ist kein Geheimnis, dass wir in BFA tatsächlich weniger Klassenanpassung als sonst bekommen, das liegt aber vor allem daran, dass die Entwickler die neu gestalteten Klassen von Legion nicht wieder komplett über den Haufen schmeißen wollen. Es geht diesmal vor allem um die Bereinigung von Fehlern und Glättung von einigen unschöneren Mechaniken, aber jeder, Ausrufezeichen, hat neue Talente oder leicht bis stark veränderte Mechaniken bekommen. Niemand geht leer aus. Ich werde nicht alles in dem Video erwähnen, aber jedem sollte bewusst sein, dass er auf jeden Fall sich über irgendetwas Neues freuen kann. Die Entwickler sind natürlich mit bestimmten Zielen in die Entwicklung der neuen Erweiterung hineingegangen. So wollen sie wieder mehr Einzigartigkeiten in die Klassen reinbringen, was durch die Rückkehr von Klassen-Buffs und Utility-Fähigkeiten geschieht. Auch werden einige eventuell liebgewonnene Skills wieder entfernt. Zudem soll das Gameplay wieder mehr auf wichtige Entscheidungen basieren und weniger darauf, dass man schnell irgendwelche richtigen Buttons klickt. Deshalb unterliegen auch mehr Fähigkeiten als früher einer globalen Uplinkzeit und es gibt weniger starke Kontrolleffekte wie Stunts. Zudem unterscheiden sich einzelne Specs dergleichen Rolle wieder mehr. Nicht mehr alle Heiler haben z.B. starke Einzelzielheilung, nicht mehr alle Tanks können sich in jeder Situation mit einem richtigen Cooldown retten und auch bei den DDs gibt es wieder mehr Variationen wer was gut kann. Es wurden auch einige grundlegende Anpassungen an bestimmten Systemen gemacht, die bereits in unserer Übersicht zu Patch 8.0 erwähnt wurden. Deswegen hier jetzt nur noch einmal ein kleiner Schnelldurchlauf. Tanks erzeugen weniger Agro als früher, Rüstung wird zu einem wichtigeren Wert für die Schadensreduktion, die nun auch mit Stärke und Beweglichkeit skaliert. Das Blocksystem von Tanks wurde ebenfalls verändert, wodurch Schild-Upgrades jetzt deutlich mächtiger sind. Die Fähigkeiten von Melee skalieren nun mit Angriffskraft statt nur Waffenschaden. Die Laufzeit von Blut- und Gift-Effekten skaliert nun mit Tempowertungen, wodurch der Stat interessanter für Melee wird und automatische Attacken machen nun wieder mehr Schaden mit ihrem sogenannten White Damage. Durch den Kriegsmodus können wir ab Battle for Azeroth die neuen PvP-Talente auch im PvE in der offenen Welt benutzen. Es gibt einige sehr coole aktive Fähigkeiten und passive Boni, die sich jeder mal anschauen sollte, wer weiß, eventuell einen Grund dafür den neuen Modus zu aktivieren. Droiden bekommen nicht wirklich viele Anpassungen. Große Aufmerksamkeit gibt es vor allem im kosmetischen Bereich durch die Trennung der Reisegestalt in einzelne Zauber für Glyphen und natürlich die vielen neuen Gestalten für die kommenden verbündeten Völker. Leider erhalten sie auch nicht ihren Klassen-Buff Mal der Wildnis zurück, dafür gibt es aber ein paar neue bzw. alte Zauber, die zurückkehren. Nämlich Besänftigungen, um Wut-Effekte von Gegnern herunterzunehmen, was vor allem im Mythisch-Plus-Dungeons interessant sein dürfte, und dann noch überwintern als Kontrolleffekt, um Drachtkinds und Wildtiere einschlafen zu lassen. Die Eulen haben im Laufe der Beta viel miterlebt, anfangs waren sie ziemlich kaputt und es hat keinen Spaß gemacht sie zu spielen, doch das erinnerte sich zum Glück. Nun sind sie in einem guten Zustand und wurden sogar ein bisschen verbessert. Die Rotation ist dadurch interessanter, dass die Mechanik rund um die Solar- und Lunarermächtigung etwas angepasst wurde, wodurch die Ermächtigungen manchmal zufällig auftreten können, anstatt nur durch den Einsatz von Sternensug. Somit gibt es mehr Zufallselemente, die das Gameplay spannender machen. Die Stärken der Eule sind weiterhin, dass sie recht mobil ist und gut im AOE mithalten kann, wenn Gegner nah beieinander stehen. Zumal Thorn mit Solarermächtigung nun auch ein kleiner AOE ist, allerdings kann man die Rotationen recht schnell auf gutdeutsch gesagt verkacken, wenn man mit den Ermächtigungen nicht richtig umgeht. Übrigens ist die beliebte Artefaktwaffenfähigkeit mit Neumond, Halbmond und Vollmond ein Talent geworden. Generell gibt es wenige Änderungen am Tankdroiden, wie alle anderen Tanks hat auch er einige Anpassungen an den Fähigkeiten bekommen, die mit den neuen Designphilosophien einhergehen. So heilt die rasende Regeneration nun um einen fixen Wert, statt mit den eingehenden Schaden zu skalieren. Außerdem skaliert Eisenfell nun eine Beweglichkeit, statt einfach nur den Basiswert an Rüstung zu erhöhen. Der Tankdroide ist der Tank mit den meisten Gesundheitspunkten, wodurch er zwar mehr Schaden einsteckt als andere Tanks, aber natürlich auch mehr aushält. Was direkt auffallen wird ist, dass der Heilerdroide seine heilende Berührung als Fähigkeit verliert. Die große Heilung gibt es also nicht mehr. Dies wird im Zuge der Designphilosophie gemacht, mehr Einzigartigkeiten in den Klassen zurückzubringen. Somit soll das Bäumchen sich eher auf Hotz konzentrieren. Ebenfalls weg ist der Samenkorn des Lebens als passiver Bonus. Weiterhin ist es so, dass der Restrodoide viele starke Cooldowns hat und den besten Tank-Cooldown im Spiel. Außerdem ist diese Heilerausrichtung natürlich sehr mobil. Eine starke Tank-Heilung kann dafür allerdings nicht geboten werden. Dafür ist er jedoch sehr gut in der Gruppenheilung, vor allem wenn es um hohe Schadensspitzen auf vielen Spielern auf einmal geht. So wurde zum Beispiel die Gelassenheit noch etwas verstärkt, da sie nun zusätzlich ein Hot-Off gehypte Ziele hinterlässt. Beim Wild-Heil-Droiden muss man traurigerweise sagen, dass es sich so ein klein bisschen anfühlt, als hätte man diesen Speck wirklich vergessen. Es ist die wohl am wenigsten angepasste Ausrichtung im BFA, was etwas schade ist, da durch den Verlust der Artefaktwaffe Sachen wegfallen, die der Feral auch nicht zurückbekommt. An sich macht das Kätzchen natürlich trotzdem noch sehr guten 1C-Schaden und auch AOE-Schaden. Ob das jetzt ein spannendes Gameplay ist, das muss jeder für sich selbst wissen. Bei den Todesrittern sieht es so aus, dass vor allem im Schadensbereich bei beiden Specks der AOE verbessert wurde, denn man kann nun endlich Flächenschaden mit Runenmacht machen und nicht mehr nur mit Runen. Außerdem wurde die Mobilität aller Specks dadurch verbessert, dass der unaufhaltsame Tod nun eine standardmäßige Fähigkeit ist, um die Bewegungsgeschwindigkeit 8 Sekunden zu erhöhen und zusätzlich gibt es dann noch die Gespensterwanderung, die nun ein Talent geworden ist. Das wichtigste zuerst für die Frost-Todesritter, nein, weiterhin kriegt ihr keine Zweihandwaffen zurück. Die meisten Anpassungen wurden an den Cooldowns der Frost-Todesritter gemacht, um das Gameplay zu verbessern, also Säulen des Frostes und Runenwaffe verstärken. Diese können nun öfters eingesetzt werden, um den Schaden zu erhöhen. Ansonsten ist der Frost-Todesritter an sich immer noch ein eher simpler Speck, was aber nicht negativ ist, denn durch seine Animation und sein Gameplay macht er trotzdem Spaß. Der Kern des Specks funktioniert wie ein Legion, aber es gibt bei den Talenten etwas mehr Auswahl und einige unschöne Aspekte wurden verändert. Der Unheilig-Todesritter ist ein Speck, der an sich schon sehr gut war, man hatte viel zu tun, viel um das man sich kümmern musste und man hatte viele Knöpfe zu drücken. Wer also den Frost-Todesritter zu simpel fand, der ging mit dem Unheilig-Dekar und so ist es auch noch immer. Wer den Unheilig-Dekar gut spielt, der wird dafür auch belohnt. Es gab jedoch einige Probleme, die mit BFA ausgemerzt wurden, wodurch der Unheilig-Todesritter noch besser wird. So ist das Gameplay rund um die Runengenerierung weniger zufallsbedingt, was einfach zu einer flüssigeren und schöneren Spielweise führt. Wer seine Monstrosität mochte, der muss nun stark sein, denn diese gibt es nicht mehr. Ihr müsst wieder mit einem Ghoul leben. Zudem ist der Gargoyle auch zu einem Talent geworden. Ach und übrigens ist der Unheilig-Dekar einer der ganz wenigen Specks, die ihre Artefakt-Waffenfähigkeit als Standardfähigkeit zurückbekommen. Wie alle anderen Tanks hat auch der Blut-Todesritter eine geringere Akkuerzeugung und Rüstung wird anders berechnet, wodurch bestimmte Werte eine wichtigere Rolle einnehmen. Aus diesem Grund wurde auch das Knochenschild verändert, denn dieser absorbiert nun keinen Schaden mehr, sondern erhöht nun die Rüstung. Das Ganze skaliert mit Stärke. Das Steckenpferd des Blut-Todesritters wurde noch etwas verbessert, die Selbstheilung. So wurde die Meisterschaft um 33% gebufft und auch der Todesstoß macht jetzt ein bisschen mehr Heilung. Weiterhin ist der Tank-Todesritter in vielen verschiedenen Situationen sehr gut mit dabei und hat eine gute Möglichkeit, sich gegen magischen Schaden zu verteidigen. Außerdem gibt er praktische Utility-Fähigkeiten mit in den Raid, wie zum Beispiel den Massentodesgriff. Schamanen haben schon immer viele nützige Fähigkeiten mit in die Gruppe gebracht und genau dieser Aspekt wird in BFA wieder etwas in den Fokus gerückt. So bekommen die Elementarverbünden das Totem des Erdstoßes wieder, was vor allem in Dungeons äußerst praktisch ist, um die Gruppe vor CC-Effekten zu schützen. Außerdem ist das Totem der Blitzwoge nun eine Basisfähigkeit und wurde in Totem der Energiespeicherung umbenannt. Außerdem hat nun jeder Aspekt Zugriff auf den Erdelementar. Weiterhin ist der Verstärker sehr zufallsabhängig, heißt also man kann richtig reinhauen und damit meine ich richtig, richtig reinhauen oder eben auch nicht. Das gilt sowohl für Einzelziehschaden als auch für den Flächenschaden. Die Verstärkung der Gruppe wurde speziell für diesen Speck etwas verringert, da der passive Effekt Sturmpeitsche nicht mehr existent ist. Zwar wurde das Mahlstrom-Cap auf 100 abgesenkt, aber die Mahlstromkosten für Sturmschlag wurden verringert und der passive Bonus Sturmbringer macht den Sturmschlag nun zu einem 100% kostenlosen Zauber. Außerdem hat die Fähigkeit weniger Abklingzeit. Interessant ist ebenfalls, dass nun Felsbeißer und Flammenzunge eine Reichweite von 20 Metern haben, wodurch Verstärker wieder etwas mobiler werden. Leider ist der Verstärker aber weiterhin etwas schwach, wenn es um die Selbstverteidigung geht. Wie der Verstärker ist auch der Elementarschamane relativ glücksabhängig. Gibt es viele Procs, um sofortige Lava-Eruptionen rauszuhauen, macht der Ehle nicht nur viel Burstschaden, sondern auch extrem viel Spaß. Ebenso wie die Tatsache, dass man Glück haben muss, dass Zauber öfters durch die Meisterschaft doppelt rausgehauen werden. Generell werden beim Elementarschamane fast alle Schadensfähigkeiten angepasst, denn die Mahlstromgenerierung wurde verändert. So wird man nun weniger Mahlstrom generieren, wodurch das Ressourcenmanagement wichtiger sein wird. Auch hier spielt dann die Proc-Chance mit rein. Wichtige Änderungen sind die, dass Erdschock nun fest 60 Mahlstrom kostet, anstatt ein variabler Zauber zu sein und der Frostschock verursacht nun sehr viel mehr Schaden, außerdem kostet er gar keinen Mahlstrom mehr, generiert dafür aber auch keinen mehr. Ein sehr guter Zauber, den man während der Bewegung einsetzen kann oder um ein Eis-Furror-Bild noch interessanter werden zu lassen. Übrigens ist der Elementarfokus als passive Verstärkung weg und der Feuerelementar kann öfters gerufen werden, davon bleibt er allerdings nicht mehr so lange. Weiterhin ist der Elend nicht gerade mobil und hat eine geringere Selbstverteidigung, dafür ist er allerdings sehr flexibel was Talente angeht. Zum Wiederherstellungsschamanen gibt es tatsächlich kaum etwas zu sagen, denn an den generellen Fähigkeiten ändert sich nicht viel und es gibt auch keine gewaltig großen Talentanpassungen. Hier und da nur ein paar Neuheiten. Erwähnenswert ist eventuell, dass Welle der Heilung nun mehr heilt als heilende Woge. Er ist weiterhin ein flexibler Heiler, der vor allem bei der Gruppenheilung von nah beieinander stehenden Verbündeten glänzt. Umgekehrt schwächelt er etwas, wenn die Gruppe auseinander steht. Außerdem hat er eine hohe Mobilität durch seinen beim Laufen Carsten Cooldown und auch einige andere interessante starke Cooldowns je nach Skillung. Leider besitzt der Schamane aber weiterhin keinen wirklichen Tank Cooldown. Übrigens kehrt auch das beliebte Erdschild als normales Talent wieder zurück. Eine wichtige Info für den Schamanen an sich ist dann noch, dass diese Klasse sehr wahrscheinlich ein paar mehr Anpassungen mit dem ersten Contrapatch 8.1 erhalten wird, wie die Entwickler bereits angekündigt haben. Denn an sich sind sie nicht zu 100% zufrieden, hatten aber keine Zeit mehr um alles für den Release fertig zu bekommen. Der Krieger ist eine Klasse, die viele Veränderungen abbekommt, vor allem bei den beiden DD-Ausrichtungen. Diese bleiben zwar vom Grundliegenden her gleich, aber es gibt viele Verbesserungen, wodurch das Gameplay interessanter und spannender wird. Neu für die ganze Klasse ist die Rückkehr des Schlachtrufs als Klassenbuff, um die Angriffskraft der Gruppe zu erhöhen. Außerdem ist die Schockwelle nun nur noch für den Tankkrieger verfügbar und zu einer Basisfähigkeit geworden. In Legion hatte der Waffenkrieger eine sehr langweilige Spielweise rund um das kolossale Schmettern. In BFA gibt es allerlei Anpassungen, wodurch das Gameplay spannender wird. Neue Fähigkeiten, neue Mechaniken, neue Meisterschaft und neue Synergien. Passt allerdings auf, denn es wurden viele Fähigkeiten umbenannt oder die Funktionsweisen wurden vertauscht, was etwas verwirrend am Anfang sein könnte. Ich würde nun nicht sagen, dass es eine komplette Überarbeitung des Waffenkriegers gab, aber irgendwie fühlt es sich so an. Zwar geht es immer noch darum, den tödlichen Stoß zu buffen, aber es macht alles sehr viel mehr Spaß. Vor allem bei den Talenten kann man sich gut austoben. Je nach Skillung der Talente kann der Speck eine sehr schnelle Spielweise haben oder aber auch ein bisschen langsamer sein. An sich sind die Downtimes aber generell nicht sehr hoch. Auch der Furokrieger hat allerlei Anpassungen bekommen. Es dreht sich bei ihm nun nicht mehr alles einfach nur um das Staken von Cooldowns, denn es gibt weniger Abkennzeiten, um die man sich kümmern muss. Die komplette Endwage-Mechanik wurde verändert, wodurch sich das Gameplay sehr viel flüssiger anfühlt und man befindet sich wirklich sehr oft in diesem Wutmodus, da der Wutaufbau ziemlich schnell ist. So wie der ganze Speck. Ich glaube, es ist keine Lüge, wenn ich hier sage, dass der Furokrieger der wirklich schnellste Speck im ganzen Spiel sein wird. Eine interessante Anpassung ist ihm ist die, dass der Wirbelwind nun zur Standard-Filler-Attacke wird und durch einen neuen kleinen Buff den AOE verstärkt, in dem der Furokrieger generell ein Meister ist. Kurz gesagt, es macht einfach unfassbar viel Spaß, diese Aussichtung zu spielen, denn er hat Style und das, was man macht, fühlt sich wirklich so an, als wäre man ein komplett durchgedrehter Furokrieger, der alles wegschnetzelt, was man ihnen in den Weg stellt. Der Schutzkrieger hat so einige Abschwächungen verpasst bekommen, die mit den neuen Design-Philosophien der Tanks einhergehen. So ist man nun etwas weniger stark gegenüber magischen Schaden, da Zauberreflexionen nur noch 20% Schaden reduziert. Und auch die anderen Cooldons wurden verändert. Schildblock kann nicht mehr fast zu 100% aktiv gehalten werden, da die Wiederaufladezeit erhöht und die Wutkosten ebenfalls erhöht wurden. Zähne zusammenbeißen verringert den Schaden nun nur noch um 50% und die Skalierung mit Angriffskraft wurde signifikant abgeschwächt. Jedoch gibt es einige neue Fähigkeiten neben dem Schlachthof und der standardmäßigen Schockwelle, wie den anspornenden Schrei, um die Gruppe zu buffen, den Drohruf für mehr Gegnerkontrolle und Avatar ersetzt jetzt den Kampfschrei als Basis-Damage-Cooldon. Die neue passive Fähigkeit Vorhut sorgt zudem dafür, dass die Rüstung mit Stärke skaliert. Der Jäger gehört mit zu den Klassen, die die meisten Veränderungen in BFA sehen, denn der Überlebensjäger wurde komplett überarbeitet und auch der Treffsicherheitsjäger hat allerlei Anpassungen erhalten. Zudem wurde das Wildtiersystem überarbeitet, es gibt keine Auswahl der Ausrichtung mehr und Tiere unterscheiden sich nicht mehr so stark voneinander. Außerdem gibt es neue Fähigkeiten und alte Fähigkeiten wurden neu verteilt. Mit Legion wurde der Überlebensjäger einfach mal zu einem Nahkampf-Spec umgewandelt und somit komplett auf den Kopf gestellt. Das kam jedoch größtenteils nicht ganz so gut an, weshalb wir in BFA eine weitere komplette Überarbeitung des Specs sehen, die dieses Mal aber herausragend gut geworden ist. Nun ist man wirklich wieder ein Jäger mit Nahkampfmöglichkeiten, denn man hat eigentlich nur eine Nahkampfattacke, sonst nur Fernkampf, zumindest im Single-Target. Und diese eine Single-Target-Nahkampfattacke kann man dann sogar für kurze Zeit zu einer Fernkampfattacke machen. Das Gameplay ist gut und es gibt viele Synergien zwischen den Fähigkeiten. Vor allem durch Talente wird es dem Überlebensjäger gestattet, sich auf verschiedene Situationen perfekt vorzubereiten. Da sich wirklich alles geändert hat, wäre es nun etwas zu viel, hier auf alles einzugehen. Rundum fühlt es sich aber super an und ist auch nicht zu simpel. Leider leider ist man aber weiterhin an eine Zweihandwaffe gebunden. Es ist also kein Rexa-like-Gameplay mit zwei Äxten oder ähnlichem möglich. Auch für Spieler, die in Legion eine Treffsicherheitsserie gespielt haben, wird sich sehr viel ändern. Das komplette Verwundbarkeits-Gameplay und alle dazugehörigen Fähigkeiten sowie Effekte wurden komplett entfernt. Davon kann man sich also verabschieden. Der Kern des Gameplays dreht sich nun darum, dass mit gezielten Schüssen die Arcanenschüsse gebufft werden, die nun keine Filler-Attacke mehr sind. Um Fokus zu regenerieren, wird der zuverlässige Schuss mit kurzer Wirkzeit eingesetzt, der zurückgekehrt ist. Die neue Attacke Schnellfeuer sorgt zudem für guten Schaden und gleichzeitiger Fokusgenerierung. Alle Zauber bis auf den gezielten Schuss können nun auch wieder beim Laufen gewirkt werden und somit bekommt der Treffsicherheitsjäger wieder etwas mehr Mobilität. Allerdings muss hier gesagt werden, dass durch Bewegung trotzdem einiges an Schaden eingebüßt werden muss, da sich alles um den gezielten Schuss dreht, der ehemal nicht beim Laufen gewirkt werden kann. Zudem wird einsamer Wolf eine passive Basisfähigkeit für eine Spielweise ohne Pet, die auch in den meisten Situationen bevorzugt werden sollte. Es gibt viele neue Talente und diese bieten ziemlich viel Variation an, vor allem was das Verursachen von Flächenschaden angeht, da kann der Treffsicherheitsjäger in allen Situationen glänzen. Ohne groß rumzulügen, muss man wohl ganz klar sagen, dass die Ausrichtung des Tierherrschaftsjägers in Legion einfach zu spielen war und das wird sich auch im BFA nicht ändern. Eventuell ist es sogar die einfachste Spielweise im ganzen Spiel, jedoch wird sie dann doch ein klein wenig interessanter. Denn das Gameplay rund um das Talent Alpha-Raserei aus Legion wird zur Basis des Tierherrschaftsjägers, jedoch nicht mit dieser Fähigkeit, sondern mit dem neuen Schuss Stachelfeil. Dieser hat 2 Aufladung und erhöht den Schaden eures Begleiters, was dreimal stacken kann. Man sollte also versuchen die Stacks aufrecht zu erhalten. Cobra Schuss hat zudem jetzt eine Synergie mit Tötungsbefehl, denn mit jedem Schuss wird die Abhängzeit um eine Sekunde verringert. Ebenfalls neu ist, dass Einschüchterung nun eine Basisfähigkeit ist, um Gegner zu stunnen und der Aspekt der Wildnis läuft nun doppelt so lange mit einer Abschwächung bei der Fokusgenerierung. Das wohl wichtigste zum Schluss, zwar wird Harty an sich entfernt, aber es gibt ein neues Talent, mit dem ihr weiterhin mit zwei aktiven Begleitern spielen könnt. Über Paladine gibt es tatsächlich nicht so viel zu sagen, bei ihnen hat sich vor allem im Talentbereich etwas getan und es wurden einige unschöne Merkmale beim Vergelter und Schutz Speck verbessert. Die heilenden Plattenträger gehen fast leer aus. Übrigens gibt es auch für die Paladine keinen Klassen-Buff in Form eines Segens. Trotzdem haben die Paladine weiterhin ein gutes Toolkit für die Verstärkung oder das Beschützen der Gruppe bei sich. Der Vergelter Paladin bekommt nur wenige Anpassungen, dafür aber gravierend gute. Das sogenannte Judgment-Fenster ist nicht mehr da und führt zu einem flüssigeren und besseren Gameplay. Es gibt eine neue Meisterschaft, wodurch sich einfach nur der Heiligschaden erhöht. Außerdem ist die Balance zwischen Attacken, die heilige Kraft aufbauen und die sie verbrauchen etwas anders. Generell machen die Spender-Attacken nun weniger Schaden und man muss die Generator-Attacken besser koordinieren. Weiterhin ist der Vergelter aber eine sehr statische Ausrichtung. Man weiß, wann was passiert und es gibt keine wirklichen Zufallselemente. Das muss natürlich nicht schlecht sein. Es kommen übrigens zwei sehr bekannte Attacken wieder zurück, der Hammer des Zorns und Inquisition. Zudem ist Kunst des Krieges ein neuer passiver Effekt, wodurch automatische Attacken die Chance haben, die Abgängzeit von Klinge der Gerechtigkeit abzuschließen. Die zornige Vergeltung als Cooldown wurde dadurch verbessert, dass nun auch die kritische Treffer-Chance zusätzlich erhöht wird. Der generelle Verstärkungseffekt wurde aber von 35% auf 20% abgeschwächt. Ach und ganz wichtig, der tolle Bonus-Effekt, wenn ein Gruppenmitglied stirbt, hält nur noch 10 statt 20 Sekunden. Der Schutz Paladin hat einige kleinere Anpassungen erhalten, um zum einen der neuen Designphilosophie für Tanks zu entsprechen und zum anderen einige unschöne Gameplay-Mechaniken loszuwerden. Die Tanks wollen auf jeden Fall in ihrer Weihe drin stehen, denn die Meisterschaft wurde so geändert, dass solange man in der Weihe steht, der eingehende Schaden reduziert wird. Allerdings kann Weihe nicht mehr gestapelt werden. Zwischen Schild des Rechers und Schild der Rechtschaffenheit gibt es nun eine Synergie, dass nach dem Einsatz von Schild des Rechers der Effekt des nächsten Schilds der Rechtschaffenheit um 20% erhöht ist. Das Schild der Rechtschaffenheit wiederum wurde verändert. So verursacht es nun AOE-Schaden in einem kegelförmigen Bereich vor dem Paladin und es reduziert nicht mehr einfach den eingehenden Schaden, sondern erhöht die Rüstung. Dieser Effekt skaliert mit Stärke. Außerdem wurde die Wiederaufladezeit etwas erhöht. Auch für den Tank wurde die zornige Vergeltung zwar insofern verbessert, als dass nun die kritische Treffer-Chance zusätzlich erhöht wird. Die generelle Verstärkung wurde aber von 35% auf 20% abgeschwächt. Über die heilenden Paladine gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Nur eine kleine Änderung wurde hinzugefügt. So hat der Heilige Schock jetzt eine 30% erhöhte kritische Treffer-Chance statt einfach eine doppelte kritische Treffer-Chance und Lichtinfusion erhöht die Heilung von Blitzheilung nun um 50 statt 40%. Außerdem wurde auch bei diesem Speck zornige Vergeltung angepasst. So ist nun die Heilung und die kritische Treffer-Chance um 30% erhöht, statt Heilung um 35% und Krit um 20%. Es ändert sich nichts daran, dass Paladin-Heiler weiterhin sehr gute Tankheiler sind und ein wenig bei Gruppenheilung schwächeln, wenn Gruppenmitglieder auseinander stehen. Dadurch, dass er viele Utility-Fähigkeiten in die Gruppe bringt, hat er aber einiges an Tools dabei, um gerne mitgenutzt zu werden. Im Bereich der Mobilität hat sich beim Heilig-Paladin allerdings leider nichts getan. Mönche bekommen eine ganz gute Ladung an Anpassung. Vor allem der Heiler kann sich auf viele Umstellungen gefasst machen. Was alle gemeinsam haben, ist, dass Fußfähiger als Massenstun nun für alle Specks zu einer Basisfähigkeit wird. Außerdem bekommen Mönche durch die mystische Berührung einen Debuff, der durch jede schadensverursachende Attacke auf den Gegner gebracht wird und den eingehenden physischen Schaden erhöht. Generell war der Windläufer schon immer ein sehr runder Speck, der für alle Situationen die richtigen Fähigkeiten parat hatte. Das wird sich auch im BFL nicht ändern, denn an sich gibt es wenige Anpassungen. Der Windläufer ist eine recht statische Ausrichtung, es gibt keine wirklichen Zufallselemente und man konnte alles gut planen. Einige würden sagen, dass es dadurch langweilig ist. Nun bekommt der Blackout-Tritt die Mechanik, die Abgängzeit von Tritt der aufgehenden Sonne und Furore-Fäuste zu verringern. In Kombination mit der Combo-Meisterschaft und dem Proc von Blackout-Tritt kommt dabei ein interessantes Gameplay zustande, welches den Windläufer weniger statisch wirken lässt. Ansonsten ist es beim Windläufer so, dass die Basis so ist wie in Legion. Bei den Talenten wurde ein wenig herumgewerkelt, um dort mehr Auswahl zu bieten. So gibt es einige Nerves von Pflichttalenten aus Legion, damit diese weniger verpflichtend sind. Der AOE wurde außerdem ein wenig verringert, da der wirbelnde Kranichtritt nicht mehr so stark hochgebufft werden kann. Wie bei den meisten anderen Tanks ändert sich beim Braumeister nicht viel. Vor allem in Richtung Cooldown-Management und Schadensreduzierung gibt es Zahlenverschiebungen. Wichtig ist, dass das Staffeln nun mit Beweglichkeit skaliert und somit bei besserer Ausrüstung auch besser wird. Zudem liegt die Reduzierung von magischen Schaden nur noch bei 25% statt 40%. Auch diese Anpassung basiert auf den neuen Designphilosophien, dass magischer Schaden etwas mehr anrichten soll. In Sachen Abgingzeit wurden das Reinigende Gebräu und das Eisenhaut Gebräu etwas verbessert. Sie teilen sich nun nur noch eine Abgingzeit von 14 Sekunden statt 21 und das Eisenhaut Gebräu läuft auch eine Sekunde länger. Bei den Talenten gibt es ebenfalls ein paar Anpassungen. Vor allem die Rückkehr vom Talentschutz ist interessant, mit dem gestaffelter Schaden komplett absorbiert werden kann. Zudem kann auch die DPS durch Talente etwas erhöht werden. Rundum ist der Braumeister weiterhin ein guter Tank, vor allem um hohe Schadensspitzen abzufangen und ist natürlich äußerst mobil. Beim Nebelwirkermönch weiß ich eigentlich gar nicht wo ich anfangen soll, denn bei ihm hat sich sehr viel verändert. Eigentlich fast jede Fähigkeit wurde irgendwie etwas angepasst. Im Endeffekt ändert sich zwar etwas die Spielweise, man muss ein wenig was neu lernen, aber nur zum Positiven. Hier mal einige der wichtigsten Anpassungen. Beruhigender Nebel kommt wie schon früher als kanalisierbarer Zauber zurück. Während er kanalisiert wird, können Einhüllender Nebel und Beleben als Spontanzauber gewirkt werden. Der Hot erneuernde Nebel hat nun zwei Aufladungen und springt nun sofort auf das nächste Ziel, wenn ein bereits voll geheiltes Ziel damit belegt wird. Beleben heilt nun das Primärziel und alle Ziele die von erneuernder Nebel betroffen sind, was zu einer sehr starken Gruppenheilung führt. Der Donnerfokus Tee hat nun komplett neue Effekte für alle Fähigkeiten. Der Heilzauber überschwangen und der passive Effekt erhebende Trunks wurden entfernt. Der Kokon Cooldown wurde verbessert und hat eine geringe Absenkzeit und vieles mehr. Ihr merkt also selbst, es hat sich viel getan. Der Mönchheiler, das muss man ganz klar sagen, ist aktuell der stärkste Heiler und muss sich eventuell noch auf ein paar Nerfs einstellen, nach dem Release von Patch 8.0. Er spielt sich allerdings äußerst gut und hat für jede Situation die richtigen Tools, sowohl für Single Target als auch für die Gruppenheilung. Generell haben alle Schurken eher weniger Anpassungen bekommen. Meistens beziehen sich Änderungen eher auf neue Talente und welche die rausgeflogen sind. Eine allgemeine Anpassung ist die, dass Finte nun eine Absenkzeit hat und nicht mehr dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Beim Gesetzlosigkeitsschurken ist alles sehr zufallsabhängig und so bleibt es auch im BFA. Das Spiel mit den Würfeln ist also weiterhin vorhanden. Eine große Anpassung bezieht sich auf den AOE. Klingenwirbel hat nun zwei Aufladungen und keinen negativen Effekt mehr. Allerdings kann er nicht mehr permanent aufrechterhalten werden. Außerdem ist der Greifhanken zu einer Standardfähigkeit geworden. Weiterhin hat der Gesetzlosigkeitsschurke auf jeden Fall ziemlich viel Stil und macht Spaß zu spielen. Zumal er auch ein recht schnelles Gameplay hat. Die meisten Anpassungen bei Meucheschurken beziehen sich auf die Talente, aber auch da gibt es jetzt nicht ganz so viel Neues. Bei der Meisterschaft hat sich ein kleinerer Teil geändert. So betrifft dieser nun nicht mehr nur Gifteffekte, sondern auch Bluteffekte. Generell bleibt der Spekt ziemlich gleich. Eine der wohl größten Anpassungen beim Täuschungsschurken ist die, dass es keinen Tod von oben mehr gibt, da es nun ein PvP-Talent geworden ist. Außerdem wurden die Schattenklingen etwas überarbeitet. So verursachen automatische Attacken nun nicht mehr mehr Schattenschaden, sondern Attacken, die Kombopunkte erzeugen, verursachen 50% mehr Schaden in Form von Schattenschaden. Zudem wurde der AOE ein wenig abgeschwächt, wenn man sich im Schattentanz befindet, der nun übrigens eine Sekunde länger hält. Ansonsten gibt es allerlei kleinere Zahlenschiebereien und einige neue Talente. Es bleibt weiterhin so, dass das Ressourcenmanagement die oberste Priorität beim Täuschungsschurken ist. Somit spielt er sich fast genauso wie in Legion. Der Dämoniäger an sich war sehr stark mit seiner Artefaktwaffe verbunden, da er dadurch die meisten Effekte und Boni bekommen hat. Deswegen war es auch fraglich, wie das dann im BFA wird. Die gute Nachricht an sich spielt er sich gut. Natürlich fehlen einige Dinge, dafür kommen aber auch neue Mechaniken hinzu. Ich für meinen Teil würde nicht sagen, dass er durch den Verlust der Artefaktwaffe irgendwie unspielbar schlecht geworden ist. Durch den Chaosbrand bekommt der Dämoniäger wie der Monk einen Debuff, der mit jeder schadensverursachen Attacke auf die Gegner aufgetragen wird und den eingehenden magischen Schaden um 5% erhöht. Der Unterbrecher vom Dämoniäger wurde in Unterbrechung umbenannt und funktioniert nun wie alle anderen Unterbrechungseffekte im Spiel. Jedoch bekommt man 30 Ressourcen bei erfolgreicher Unterbrechung. Die Fähigkeit Magie aufzehren lässt den Demon Hunter zudem einen magischen Effekt vom Gegner entfernen und 20 Ressourcen dadurch erzeugen. An der Basis des Verwüstungsspecs hat sich ein wenig was getan. Erstmal ist das Jähzorn Cap nun bei 120 statt 100. Dann hat der Chaosstoß nun eine fixe 40% Chance 20 Jähzorn zurückzustarten, statt bei einem Crit. Außerdem ist der Augenstrahl nun viel interessanter für 1 CC Schaden, da er mehr Schaden macht, einen geringeren Cooldown hat sowie weniger kostet. Dann kriegt der DD-Spec durch Folter einen Spott und der passive Effekt Dämonischer Schutz erhöht den Widerstand gegen magischen Schaden um 10% nun auch für den DD-Spec. Der Verwüstungsdämonenjäger wird sich vor allem durch die Talente definieren, da diese relativ viel Tiefe in das Gameplay bringen und es einige Auswahlmöglichkeiten gibt. Übrigens gibt es weiterhin das Talent Dämonenklingen, allerdings ist es nicht mehr so stark, dass es zu einem Muss wird. Weiterhin ist der Verwüstungsdämonenjäger wohl die mobilste Ausrichtung im Spiel oder er teilt sich zumindest den Platz mit dem Windläufer-Mönch. Der Rachsus-Dämonenjäger hat abgesehen von allgemeinen Anpassungen die wenigsten Änderungen als Tank erhalten. Die Meisterschaft wurde auch bei ihm so geändert, dass durch Beweglichkeit Rüstung skaliert wird und man somit mit mehr Beweglichkeit auch mehr aushält. Außerdem erzeugt der Tank-Dämonjäger nun keine Wut mehr durch eingehenden Schaden. Die Seelenfragmente heilen nun zudem nicht mehr basierend auf Angriffskraft, sondern auf eingehenden Schaden wie bei anderen Tanks auch. Durch die Fähigkeit abscheren wird nun übrigens immer ein Fragment erzeugt. Ansonsten gibt es noch ein paar Anpassungen bei Talenten, aber das wars dann auch. An sich macht der Demotank die höchste DPS als Tank und bringt einige praktische Fähigkeiten mit sich. Allerdings mangelt es ihm ein wenig an Cooldowns. Bei Magier gibt es nicht ganz so viele Anpassungen. Frost und Feuer spielen sich fast genauso wie in Leech, nur der Arcan-Magier hat ein paar mehr Änderungen erhalten, wobei auch die Basis gleich bleibt. Allgemein haben alle Specs die Arcan-Intelligenz als Gruppen-Buff wiederbekommen, um 10% Intelligenz zu buffen und sie können nun auch wieder alle 8 Sekunden Flüche entfernen. Der Feuermagier ist weiterhin etwas gelücksabhängig, basierend auf den Procs für den Pyro-Schlag. Wenn die Procs gut kommen, macht man jedoch enorm guten Schaden. Zudem ist die Mobilität sehr gut und man verliert bei bewegungsreichen Kämpfen kaum DPS. Wirklich viele Änderungen gibt es nicht. Um es genau zu sagen, eigentlich nur im Talent-Baum, wo die Artefakt-Waffenfähigkeit und Legendary Boni eingearbeitet wurden. Demnach bleibt das Gameplay also ziemlich gleich wie in Legion. Auch der Frost-Magier bleibt fast gleich und bekommt nur ein paar neue Talente, doch ein paar Anpassungen an der Basis wurden dann doch gemacht. Die Proc-Chance von Hirnfrost wurde um 10% erhöht, die Proc-Chance von Eisige Finger ist für Frostblitz sowie gefrorene Kugeln unterschiedlich. Eiskälte erzeugt keine eisigen Finger mehr und Wasserstrahl wurde entfernt. Außerdem wurde die Meisterschaft so geändert, dass nun auch Hagel ein Eiszapfen generiert und die Meisterschaft erhöht den Schaden von gefrorene Kugeln. Rundum also nur ein paar kleine Verbesserungen, die man gerne annimmt. Zu guter Letzt kommen wir zum Arcan-Magier, der tatsächlich etwas mehr abbekommen hat. Die meisten Fähigkeiten wurden irgendwie etwas angepasst, allerdings bleibt die Grundmechanik gleich, dass man seine Burst und seine Aufladephase hat. Die Arcan-Geschosse können nun immer gewirkt werden ohne Procs und sie machen keinen zusätzlichen Schaden mehr durch Arcan-Aufladung. Der Arcan-Schlag wird nun schneller gewirkt, je nachdem wie viele Arcan-Aufladungen man hat. Arcan-Explosion wird nun ebenfalls nicht stärker durch Arcan-Aufladung und die Mana-Kosten erhöhen sich nicht mehr durch das mehrmalige Einsetzen. Ein neuer Passive-Effekt ist frei zaubern. Dadurch hat man eine Chance, dass Arcan-Geschosse oder Arcan-Explosion kostenlos gewirkt werden können. Die Geschosse schießen dann zudem 20% schneller auf das Ziel. Ansonsten gibt es ziemlich viele neue Talente, die für interessante Auswahlmöglichkeiten sorgen. Es gibt also vieles Neues zu entdecken. Priester liegen im Mittelfeld, was Anpassung angeht. Sie haben eine gute Portion an Änderungen erhalten, aber bleiben vom Spielstil relativ gleich. Eine allgemeine Anpassung ist die, dass auch Priester einen Klassen-Buff zurückbekommen. Nämlich das Machtwort Seelenstärke für 10% mehr Ausdauer. Beim Heiligpriester bleibt fast alles so wie vorher. Nur bei den Talenten hat sich hier und da ein wenig was getan. Meist jedoch Zahlenherumschimmereien. Nichts wodurch sich die Spielweise dramatisch ändert. Das Segenswort Heiligung hat nun eine nette Synergie zu zwei anderen Skills. So bekommt es nun eine verringerte Abklingzeit durch Gebet der Heilung von 6 Sekunden und durch Erneuerung von 2 Sekunden. Außerdem wurde die Abklingzeit von Massenbannung auf 45 Sekunden erhöht und Symbol der Hoffnung ist nun wieder eine Basisfähigkeit. Generell ist der Heiligpriester weiterhin ein guter bis sehr guter AOE-Heiler und guter Einzelzielheiler mit diversen nützlichen Tools. Nur mangelt es ein wenig in Bezug auf Tank-Cooldowns. Die Grundmechanik des Disziplinpriesters bleibt gleich. Durch das Verursachen von Schaden werden Ziele mit Abbitte geheilt, aber es gibt einige nützliche Änderungen. Die wohl interessanteste Anpassung ist die, dass das Machtwort Schild nun keine Abklingzeit mehr hat und auch keine geschwächte Seele auf das Ziel bringt. Heißt also, man kann das Schild herumspamen. Im Endeffekt wird das Schild auch wieder zum Standard-Zauberer des Disziplinpriesters, denn das Bittgebet als Fillerheilung wurde entfernt und somit hat man nun auch keine direkte normale Heilung mehr. Ebenfalls geändert hat sich die Meisterschaft. Nun wird auf Zielen die gesamte Heilung und Absorption erhöht, die von Abbitte betroffen sind. Also ein genereller Buff, denn vorher wurde einfach nur der transferierte Wert von Abbitte erhöht. Deshalb ist es nun auch so, dass Abbitte generell einfach 60% des Schadens als Heilung transferiert. Der Diszi hat zudem einige Zauber bekommen, die vorher nur dem Heiligpriester gehörten. Zum einen die Heilige Nova als spambare AoE und verzweifeltes Gebet als Selbstschutz. Der Cooldown Euphorie wurde ebenfalls verbessert, da das Schild ja nun sowieso keine Abklingzeit mehr hat. Jetzt erhöht es für die nächsten 10 Sekunden den Absorptionswert von Machtwort Schild um 200%, aber erst, wenn es nach Aktivierung des Cooldowns gewirkt wird. Zusätzlich zu einigen weiteren Veränderungen bei Talenten gibt es also an sich nur Verbesserungen, die den Diszi noch interessanter zu spielen machen. Beim Schattenpriester sieht es aktuell so aus, dass er ziemlich guten AoE-Schaden in verschiedenen Situationen durch Talente machen kann, jedoch harpert es ein wenig beim Einsitzschaden. Spielt man den Shadow perfekt im Vergleich zu anderen perfekt gespielten Klassen, kann man auf jeden Fall nicht mithalten. Jedoch soll es wie beim Schamanen mit Patch 8.1 weitere Änderungen geben, um das Problem zu beheben. Für den Shadow gibt es neben einigen neuen Talenten auch Anpassungen an der Basis und zwar nicht gerade wenige. Hier einige wichtige Sachen. Schattenwort Tod ist nun keine Standardfähigkeit mehr, sondern ein Talent. Gedankenexplosion ist als AoE-Fertigkeit zurückgekehrt und die leeren Eruption ist eine Standard-AoE-Attacke geworden ohne Abklingzeit. Die leeren Form ist etwas schwächer geworden, sie erhöht das Tempo nun nur noch um 0,5% pro Stapel statt 1%. Außerdem wurde die Rate des Wahnsinnsverlusts etwas erhöht. Die Laufzeiten der Dots wurden etwas verringert und die Meisterschaft wurde geändert. Anstatt nur den Schaden von Dots zu erhöhen, erhöht sie nun den Schaden fast aller Fähigkeiten des Shadows. Wie gesagt gibt es einige neue Talente, mit denen man seine Spielweise anpassen kann, vor allem was den AoE angeht. Da es ein besonders witziges Talent in Legion war, hier noch ein kleines Wörtchen zum Abstieg in den Wahnsinn. Dieses Talent tötet den Priester nun am Ende nicht mehr, sondern verursacht Schaden in Höhe von 90% der Maximalgesundheit. Man kann es also überleben. Bei den Hexenmeistern geht es in Battle for Azeroth rund, sie haben nämlich sehr viele neue Zauberanimationen bekommen, nachdem sie diese in Legion nicht erhalten haben. Außerdem wurde der Speck der Monologie komplett überarbeitet und bei den Talenten aller Ausrichtungen wurde stark gewütet. An sich spielen die Specks sich aber alle sehr gut und machen Spaß. Also keine Angst. Etwas was alle gemein haben ist, dass die Verdammniswache nicht mehr beschworen werden kann. Die gibt es nicht mehr. Außerdem wurde Adalas entfernt, das Gameplay rund um die Mana Regenerierung durch Leben wurde also auch entfernt. Demnach wurden auch die Mana Kosten aller Zauber angepasst. Beim Gebrechens Hexenmeister kehrt der Schattenblitz als neue Filler Fähigkeit zurück und ersetzt den Seelendieb, der nun ein Talent geworden ist. Weiter geht es damit, dass es einen neuen Main DPS Cooldown gibt. Dunkelblick beschwören beschwört ein Dämon, der die Laufzeit von Dots erhöht und Schaden verursacht. Das instabile Gebrechen sorgt zudem nun generell dafür, dass Ziele mehr Schaden erleiden. Die Grundspielweise bleibt natürlich gleich und sie lässt sich in drei Wörtern beschreiben. Dots, Dots und noch mehr Dots. Beim Zerstörungs-Spec hat sich generell am wenigsten getan, wenn man mal Talentanpassungen außen vor lässt. Interessant ist hier aber, dass die Verdammniswache als Cooldown überarbeitet wurde. Sie bleibt nun 30 Sekunden, generiert jede 0,5 Sekunden ein Seelensplitterfragment und macht moderaten Schaden. Außerdem ist das Talent Pyrolyse nun zu einer Basisfähigkeit geworden, wodurch Feuersbrunst nun die Zauberzeit von Chaos, Blitz oder Verbrennen immer 10 Sekunden um 30% verringert. Ebenfalls eine Erwähnung wert ist, dass Verwüstung nun nur noch 45 Sekunden abgezeigt hat, dafür aber auch nur 60% des Schadens auf das Ziel leitet. Zu guter Letzt noch die Dämonologie und da habe ich ja schon erwähnt, dass dieser Speck eine komplette Überarbeitung bekommen hat. Also zu viel, um hier alles zu erwähnen. Eines kann man allerdings sagen, wer den Demo-Hexer in Legion mochte, wird ihn den BFA lieben. Man beschwört noch mehr Dämonen als vorher und man hat auch eine sehr flüssige Rotation, sowie viele coole Fähigkeiten und auch Talente. Die Basis-Rotation dreht sich um den passiven Effekt dämonischer Kern, der wie das alte geschmolzene Kernsystem funktioniert. So beschwört man mit der Hand von Gul'dan immer mehr Imps, die wiederum haben eine Chance, unseren starken Zauber Dämonenblitz zu einem Sofortzauber werden zu lassen. Der Effekt ist viermal stapelbar. Das Ganze wird dann durch allerlei Cooldowns abgerundet, sowie dem neuen Cooldown, mit dem man einen dämonischen Tyrannen beschwören kann, der die Laufzeit aller anderen Dämonen erhöht und viel Schaden verursacht. Jeder Hexer-Fan sollte sich auf jeden Fall diesen neuen Spec anschauen, um den dämonischen Zoo mit eigenen Augen zu sehen. Und das war's. Nun solltet ihr relativ gut vorbereitet sein und über die wichtigsten Neuheiten Bescheid wissen. Natürlich sollte sich jeder noch ein Klassenguide zu Gemüte führen, wenn der Pre-Patch mit allen Klassenanpassungen rausgekommen ist. Haltet zudem im Hinterkopf, dass bis zum Release von BFA und auch danach bis zur Öffnung des ersten Waves Uldir noch viele Balancing-Anpassungen mit Buffs und Nerfs kommen werden. Steckt also nicht den Kopf in den Sand, wenn alles noch nicht so rund läuft. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!